Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCat 6. So, nochmal hier kurz einige Fragen beantwortet in diesem Video, die in der letzten Zeit zum Thema KiCat aufgetaucht sind. Einmal hier die Problematik mit den hierarchischen Schaltplänen. Ich habe dazu mal was gezeichnet, um das euch hier nochmal zu erklären. Ich mache nochmal nebenbei KiCat auf, gehe mal in den Schaltplan-Editor. Wir sehen jetzt hier einen hierarchischen Schaltplan, hier unsere Hierarchiestruktur, ich ziehe sie mal ein bisschen größer. Und jetzt kam also die Frage, wo liegen denn die Bauteile? Also die Bauteile an sich selbst, der Plan selber ist immer eine Ebene, nur hier die einzelnen Seiten, die ich jetzt hier erstellt habe, die sind natürlich in einer Hierarchie aufgehängt. Das hat einfach was mit der Ordnungsstruktur zu tun. Wenn ihr jetzt persönlich zeichnen würdet, fangt ihr ja auch mit einem Hauptschaltplan an und habt dann eben Teilschaltpläne, die dann quasi hinten angeheftet sind. So, was macht jetzt wann Sinn? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten und hier trennen sich die Wege und zwar ab dem Zeitpunkt, wenn ich die Platine erstellen möchte. Also ich zeichne erst einmal meine Bauelemente hier auf dem, sag ich mal, ersten Blatt. Das wäre jetzt die Variante 1. Und irgendwann reicht mir dieses Blatt nicht mehr aus und ich füge hier ein weiteres Blatt hinzu. In dem Fall jetzt hier Untitled Shield. Das kann ich jetzt hier über das hierarchischen Schaltplan hinzufügen. Kann ich mir das hier aufziehen und ich füge ein weiteres Blatt hinzu, um dort drauf weiter zu zeichnen, weil mein Schaltplanblatt hier voll ist. Der Weg, wo sich jetzt entscheidet, ist jetzt der, in dem Fall, dass ich sagen kann, okay, alle Bauelemente auf diesem Hauptschaltplan und auf diesem, in dem Fall hier Untitled Shield, sollen auf eine einzelne Platine, auf eine einzige Platine zusammengefasst werden. Am Ende ist das eine Platine, sind aber zwei Blätter. Die Alternative dazu ist die, ich fange mit einem Hauptschaltplan an und habe jetzt zum Beispiel, ich nehme das gerne, das Beispiel für eine Sound, für eine Stereoanlage. So, da habe ich ja irgendwo eine Stereoanlage, zum Beispiel der Mixer, der Equalizer oder der Verstärker, der hat ja einzelne Komponenten. Der wird also irgendwo eine Hauptplatine haben, die kann ich hier auf dem Hauptschaltplan auch zeichnen. Die ist in der Regel, macht diese Hauptplatine nichts anderes, als Steckkarten aufzunehmen, so wie im Computer und diese Steckkarten werden dann miteinander verbunden. So, aber ich habe natürlich jetzt Einzelkomponenten in meiner Stereoanlage drin. Ja, da fangen wir, also die Einzelkomponente wäre jetzt das Netzteil. Dann hätten wir die Einzelkomponente Eingänge, die Einzelkomponente Ausgänge, dann habe ich vielleicht noch einen Equalizer, einen Verstärker und so weiter und so weiter. Die würde ich dann auf diese einzelnen Blätter zeichnen und aus diesen einzelnen Blättern eine jeweils separate Platine erstellen. Ja, also eine Platine für das Netzteil, da will ich ja keine Eingänge drauf haben. Und auf der Eingänge möchte ich jetzt hier nicht unbedingt irgendwas, was ich drauf habe, vom Netzteil drauf haben, sondern das wird ja eine separate Platine und so weiter. Also hier scheiden sich dann die Wege. Einmal einen hierarchischen Schaltplan, der am Ende auf eine einzige Platine kommt oder ein hierarchischer Schaltplan, der am Ende auf mehrere Platinen verteilt wird. Dann immer wieder gern gefragt, die Thematik hierarchische und globale Label, die ich ja dazu benutzen muss. So, ich zeige es jetzt mal hier. Ich habe jetzt das einfach hier auf dem Blatt. Das wären jetzt meine einzelnen Blätter. Hier haben wir das Schaltplanblatt 1 und wir haben hier das Schaltplanblatt 2 und 3. Hier sehen wir es nochmal ein bisschen besser. Und wir sehen jetzt hier schon den Unterschied zwischen den hierarchischen und den globalen Labeln hier drüben rechts rot. Hierarchische Label, ihr seht das hier schon schön 2x, 1x. Und wenn ich hier wieder zurückgehe auf meine erste Seite, dann kann ich hier mit 1x weitermachen zu der Schaltung. Und ich kann meine Leiterbahn sauber verfolgen und ich weiß also, was ich wo angeschlossen habe. Das ist auch die Variante, die ich euch empfehle, so vorzugehen mit diesen hierarchischen Labeln. Ihr könnt in dem Falle sehr wahrscheinlich nicht vergessen, irgendetwas irgendwo anzuschließen oder falsch anzuschließen. Höhere Sicherheit, das ist der Hintergrund. Beim globalen Label, hier unten rot, sehen wir, ich habe das jetzt hier im Schaltplanblatt 1 vergeben. Hier in der 2 habe ich es nicht und dann taucht es hier hinten in der 3 wieder zweimal auf. Oder sogar dreimal jetzt. Ich habe es hier nur nicht angeschlossen, um mir die Zeichnerei zu sparen. So, und da habe ich jetzt das Problem, wenn ich das jetzt hier vergebe, wer aufgepasst hat, im Schaltplanblatt 1 liegt es auf Masse. Hier liegt es jetzt auf plus 15 Volt. Ja, und schon hättet ihr einen Fehler eingebaut. Wer dann vielleicht noch den ERC-Check nicht durchführt oder der ERC-Check das nicht findet oder übersieht, wie auch immer, habt ihr das Problem. Und dann Kurzschluss. So, noch problematischer wird es, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so ein globales Label als mit dem gleichen Namen versehentlich auf einem anderen Potenzial vergebe. Und dann wird das hier nämlich automatisch mit dem globalen Label auf dem Schaltplanblatt 1 auch verbunden. Und ich kann mir dadurch schnell Fehler einbauen. Globale Label machen schon zum gewissen Grad Sinn, nutzt sie aber sehr, sehr sparsam. 3, 4 Stück, vielleicht 5, okay. Aber bitte nicht hier 30 oder 40 Stück, sondern arbeitet in dem Fall wirklich mit diesen hierarchischen Labeln. Und die könnt ihr sauber, schön sauber über eure Schaltplanblätter verfolgen, was eben hier bei den globalen Labels nicht der Fall ist. Ich müsste jetzt jedes Mal wieder zurückgehen in den Hauptschaltplan und da schauen, wo habe ich denn den Namen vergeben, wo habe ich es angeschlossen. Und dann wieder zurück in den Schaltplanblatt 3, wie hier dargestellt. Und da nochmal prüfen, ob ich es da wieder richtig drin habe. Also meine Empfehlung ist, das nicht unbedingt. So, das dazu und dann war noch eine Frage zum Thema FreeCAD. Dann machen wir mal hier FreeCAD auf. Und zwar ging es um die Thematik, eine Platine in ein Gehäuse zu importieren und dann in diesem Gehäuse drin die Ausschnitte zu machen für die Konnektoren. Ich mache hier mal ein neues Blatt auf. Ich spreche das jetzt nur theoretisch durch, weil mir das zu viel Arbeit ist. Das müsste ich jetzt alles konstruieren und euch dann zeigen. Ihr installiert euch als erstes über den Add-on Manager die A2 Plus Workbench, wer das noch nicht gemacht hat. Schaut euch dazu im YouTube ein Video an, A2 Plus Workbench Plus FreeCAD eingeben. Dann kommt ihr da auf einige Videos, die ihr dafür braucht, wie man diese Workbench benutzt. Dann konstruiert ihr euer Gehäuse. Eure Platine konstruiert ihr natürlich ebenfalls über das KeyCAD. So, anschließend geht ihr hier ins FreeCAD. Importiert über die A2 Plus Workbench das Gehäuse, was ihr gezeichnet habt hier im FreeCAD und die Platine importiert ihr hier über das KeyCAD Step-Up Workbench. Wenn ihr diese beiden Dateien dann drin habt oder beide Dateien erzeugt habt, startet ihr die A2 Plus Workbench, importiert beide Dateien da hinein und positioniert die Platine im Gehäuse. Wechselt dann in die Part-Design Workbench und führt hier hinten eine Bool'sche Operation, nämlich das Schneiden von zwei Formen aus. Und es werden dann die Überdeckungen, also das, was überdeckt wird, wird dann entsprechend ausgeschnitten und somit habt ihr die Durchbrüche in eurem Gehäuse erzeugt und könnt dann aus dem Gehäuse die 3D-Druckdateien erzeugen und das Gehäuse drucken. Soweit erstmal theoretisch dazu durchgesprochen. Wie gesagt, mir fehlt im Moment die Zeit, das jetzt hier alles zu konstruieren und euch das hier live in einem Video zu zeigen. Das ist aber die Lösung hier, dann die Bool'sche Operation Schneiden durchführen und damit habe ich die Ausbrüche im Gehäuse erstellt. So, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss, schönes Wochenende und bis demnächst. Ciao, ciao.